Nächste Station, Jena-Göschwitz. Übergangsmöglichkeit zu Zügen des Regionalverkehrs. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB-Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Jena-Paradies. Übergangsmöglichkeit zu Zügen des Fern- und Regionalverkehrs sowie zum öffentlichen Personennahverkehr. Next Stop, Jena-Paradies. Change here for regional and long-distance services. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Bad Kösen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Naumburg-Sahle-Hauptbahnhof. Übergangsmöglichkeit zum Regionalverkehr, zum Plusbus in Richtung Zeitz sowie zu weiteren Straßenbahn- und Buslinien. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Weißenfels. Übergangsmöglichkeit zum Regionalverkehr, zum Plusbus in Richtung Hohenmelsen sowie zu weiteren Buslinien. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Merseburg-Hauptbahnhof. Übergangsmöglichkeit zum Regionalverkehr, zum Plusbus in Richtung Bad Lauchstedt, Einkaufszentrum Nova und Leipzig sowie zu weiteren Straßenbahn- und Buslinien. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Halle-Sahle-Hauptbahnhof. Übergangsmöglichkeit zu Zügen des Fern- und Regionalverkehrs sowie zum öffentlichen Personennahverkehr. Fahrgäste zum Flughafen Leipzig-Halle steigen bitte hier in die S-Bahn der Linie 5 oder 5X um. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Untertitelung des ZDF ministrin Los Angeles ambition Dopachten. Vielen Dank.